Hallöchen, im heutigen Gameplay gebe ich euch hier Tipps und Tricks auf dem Weg für Sniper Rifle. Einmal könnt ihr die Goldtarnung relativ einfach in wenigen Runden erreichen. Natürlich auf dem Weg hätte ich hier noch ein paar kleinere geheime Tipps und Tricks oder allgemeine Einstellungen, die euch weiterhelfen können. Und natürlich ein Waffenguide. Aber kleinere Tipps wie hier, wenn ihr jemanden anhittet, Waffe tauschen im Nahkampf. Oder wenn ihr gerade nachladen wollt und da kommt ein Gegner um die Ecke, Nachladen, Abbrechen mit Waffe tauschen, kennt ihr alle wahrscheinlich. Gleiche der kleine Geheimtrick, mit einem Punkt in der Mitte natürlich voraimen, damit ihr hier leichter treffen könnt, wenn ein Gegner um die Ecke kommen. Damit könnt ihr relativ leicht auch einen Longshot machen und mehrere Leute nacheinander holen. Ich denke mal, die Tipps kennt eigentlich schon jeder. Ich hätte aber noch ein paar andere parat, die euch weiterhelfen könnten. Natürlich auch für die Barret, für die Tundra und für die Pellington. Eigentlich für jede Waffe, die ihr gerade spielen wollt. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben. Wir starten auch direkt durch mit einem Waffenguide. Und meinen Waffenguide könnt ihr gerne nachbauen für alle Sniper Rifle. Eventuell auch mit Dragunov und Co., wenn die dann bald reinkommen werden. Dann starten wir direkt durch mit einem Waffenguide. Im heutigen Waffenguide hätten wir hier die Sniper Rifle natürlich am Start. Mit dem Visier könnt ihr gerne rumspielen, wie ihr wollt. Aber bei Mündungen empfehle ich euch entweder Stabilisierer, Mündungsfeuerdämpfer oder Geräuschdämpfer. Gerne wie ihr wollt reinpacken. Beim Laufen natürlich, mein Geheimtipp. Ganz unten, ab dem maximalen Level ihr erhält hier, Tiger Team. Damit macht ihr mehr Schaden, mehr Feuerrate und Projektilbeschleunigung. Weniger Muni hättet ihr aber dafür mit am Start. Ruhige Hand oder Markierer, beide total wichtig. Könnt ihr gerne mitnehmen. Und dann beim Griff. Mein Geheimtipp auch, nehmt ihr den Griff mit für mehr Nahkampftempo und Beweglichkeit. Bringt eine Menge, Menge Vorteile, gerade im Nahkampf, wenn ihr gerade jemand beschlägt, wenn ihr gerade weniger Leben hat. Und dann hier natürlich ihr Schnelllader oder mehr Patronen, wie ihr wollt, gerne mitnehmen. Aber übertreibt nicht wegen der ATS-Time. Mit dabei Schlangenumwicklung, damit ihr schneller anähmen könnt. Und am Ende noch, damit ihr nachher einen Sprint noch feuern könnt, Plünderer. Oder natürlich Marathon, je nachdem. Und ja, ne Schrotflinte und eine Handfeuerwaffe wäre hilfreich. Gleich geht hier die Perks Paranoia, damit werdet ihr vorgewahrt, wenn ihr euch jemand anähmt. Oder Daten weiterleiten für die Minikarte. Attentheser oder Spurenleser, damit könnt ihr auch Feinde markieren. Ganghau, Geist und kaltblütig. Gerne nachbauen, gerne probieren. Und viele von euch haben schon bemerkt, in Call of Duty Cold War snipen ist nicht immer einfach, weil viele Leute machen leider nur Hitmarker, treffen nicht oder ja, wollen reinpushen wie ich und verkacken dann dabei natürlich. Ich kann euch ein paar Tipps auf den Weg geben, damit ihr leichter klarkommt. Natürlicher Sniper Rifle. Die braucht ihr für die lange Distanz. Bedeutet ihr auf größeren Karten, bei Bodenkrieg, Feuertrupp oder anderen Modi. Und natürlich erhöhte Positionen auf dem Container, auf einer Wand oder auf einem Leuchtturm obendrauf. Habt ihr natürlich mehr Überblicke über die Karte und könnt leicht eure Gegner treffen. Allgemein auf die Karte achten, auf Geräusche, auf Aufblinken. Weil ihr werdet natürlich auch markiert, wenn ihr anähmt. Darauf immer achten und eure anderen feindlichen Scharschützen eliminieren. Mein kleiner Tipp wäre allgemein, guckt immer euch die Karte an, wo habt ihr Deckung, wo könnt ihr Deckung gehen. In erhöhte Position, damit ihr leichter Feinde treffen könnt. Und wo werden die anderen feindlichen Scharschützen, ja. Die habt ihr natürlich auch mit dabei, die nerven auch ein klein wenig. Aber mit Übung könnt ihr natürliche Blutungsdichtmedaillen für eure Goldhahnung relativ einfach erhalten. Im Nahkampf mit einem guten Griff können einfach schneller schlagen und eure Feinde eliminieren. Und überwältigen natürlich. Aber im Allgemeinen, mein größter Tipp wäre. Achtet auf euren Punkten in der Mitte. Achtet auf eure Gegner und immer pre-aimen ein klein wenig. In Cold War aimt ihr relativ lahmarschig an im Vergleich mit anderen Call of Duty-Teilen. Müsst ihr in Battlefield echt überlegen, was ihr gerade hier macht. Mit ein klein wenig Teamplay und Übung könnt ihr damit aber gut klarkommen. Allgemein einfach schneller anähmen. Könnt ihr gut trainieren im privaten Spiel oder gegen Freunde. Oder ganz ehrlich, Atem anhalten. Länge anähmen und Atem anhalten ist keine Schande hier in Call of Duty. Viele wollen ja Trickshotten, wie ich hier in gerade ein klein wenig mehr oder weniger. Aber ja, klappt halt nicht gut. Gern mal ruhiger hier an die Geschichte drangehen. Atem anhalten. Unaimen natürlich mit einem Scope. Mit zoomen natürlich hilfreich, damit ihr die Gegner leichter erkennen könnt. Und dann Atem anhalten, abdrücken, Feinde eliminieren. Oberkörpertreffer und Volltreffer machen natürlich mehr Schaden. Und im normalen Modi werden die Waffen auch stärker. Weil im Hardcore-Modi werdet ihr niedergeballert durch Sturmgewehre. Die haben komischerweise natürlich dann auch hier mehr Effektivität auf der Distanz wie in der Sniper Rifle. Echt merkwürdig. Aber ja, Fernkämpfe-Medaillen, die könnt ihr relativ leicht bekommen. Auf größeren Karten oder bei Feuertrupp und Bodenkrieg. Natürlich hier die Doppelabschüsse gehen relativ flott im Nahkampf. Macht ihr für Rotpunkt rein oder ohne Scope. Und einfach reinpushen. Mit ein klein wenig Übung und mit ein klein wenig Glück bekommt ihr auch gute Runden hin. Natürlich eine kleine, wichtige Information noch. Nicht jede Kugel trifft von euch. Auch wenn ihr hier guter Schütze seid, ihr werdet immer mal Runden haben und verkacken. Lasst euch da nicht abschrecken. Einfach gerne weitermachen und am Ball dranbleiben. Natürlich viele kleinere Tipps hätte ich noch parat. Aber ja, Einstellungen wären wichtig. Welche Stellungen verwendet ihr? Und natürlich welchen Controller. Mit einem Scav-Controller, mit einem Aim-Controller oder mit hier einem Xbox-Elite-Controller könnt ihr auch leichter anämen. Wenn ihr natürlich die richtigen Einstellungen dafür habt. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, der ihr euch gerne angucken. Allgemein höhere Empfindlichkeiten werden hilfreich mit Snipen. Aber auch dann werdet ihr nicht immer jede Kugel treffen. Euch nicht aufregen. Einfach am Ball dranbleiben und weitermachen. Ich liste euch natürlich noch ein paar kleinere Tipps auf. Wenn ihr noch ein paar Zuschauer noch welche habt, gerne unten reinschreiben. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Colorful-Tie-Cold-War-Content. Wenn ihr Fragen habt über die Aufgaben, gerne reinkommentieren. Kann ich euch gerne weiterhelfen. Na dann meine Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei und haut. Reihen.